Musik Einen wunderschönen guten Abend heute hier auf dem schönen Rottertampfer Fredericia Ich darf Sie herzlich begrüßen an Bord Mein Name ist Captain Gunnar Som Wo werden wir hinfahren heute Abend? Wir fahren, wenn wir gleich ablegen hier von der Wüsten Richtung Skargarag Die verdammte Fahrtzeit wird etwa 61 Stunden dauern Wir bitten Sie während der Fahrt das Rauchen einzustellen und das Locus nicht zu benutzen Angeborene Haustiere, die verschweifelt versuchen von Deck zu kommen, können Sie auf dem Rasenmäher schicken Wir entsorgen Sie dann in einer pansenbrennähnlichen Vorrichtung Nach dieser kurzen Betrachtung der allgemeinen Lebensverhältnisse an Bord der Fredericia möchte ich Sie jetzt bitten, aus dem Sakko zu fallen und LSD-Pillen zu lecken Es genügt nicht nur daran zu denken, nein, Sie müssen lecken Lecken Sie Ach, nun lecken Sie doch Ich kann Sie nicht lecken sehen, ich kann es nicht sehen Nun lecken Sie mich mal Ach, wissen Sie, ich habe das Wichtigste, hatte ich jetzt gar nicht erzählt Professor Wing wird Ihnen noch ein paar Fragen stellen in einer anderen Fahrtzeit Ja, in Skargarag gibt es gar keine Zeit mehr, die haben nur noch Raum Aber unheimlich viel, das denken Sie nicht, wenn Sie da hingucken Da gucken Sie nach links und da gucken Sie nach rechts Bungalows und Prestigepasteten wachsen da bis zum Himmelsdach Im Juni sehen Sie Schnauzen durch die Luft fliegen Gebeutelte Aufmerksamkeit bitte ich Sie, diesen Schnauzen zu richten Ja, das war ne Idee, mal auf so'n Dampfer ins Skargarag zu fahren Die hält, was sie verspricht, die Mietfirma, wo ich die Reise gebucht habe Das denken Sie nach dieser Reise Bis zum nächsten Mal